Ich bin Dominic Bartlomé, ich bin SwissKills Champion 2020 als Karosserie-Spendler. Das kann ich fast nicht beschreiben, es ist einfach super geil. Es ist eigentlich ein geiles Gefühl, zu hören, dass er unter den letzten drei ist und irgendwann sagt er, yeah, das ist geil. Ich würde sagen, man darf schon ein wenig stolz sein. Ich ging hin und fing an. Dann merkte ich, dass der Zeitdruck schon da ist. Man muss dann einfach sauber und schnell arbeiten können. Ich glaube, das ist die grösste Schwierigkeit an der Schweizer Meisterschaft. An meinem Job gefällt mir, die Abwechslung der Materialien zu auspülen, zu ersetzen und zu schweissen. Das sind die schwierigsten Dinge. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.